Ein Engel ist in meinem Zimmer. Jetzt sagen wir 200 zusätzlich für mehr Arbeit in Küche und Haus. 600. 200 für jeden Monat. Sie sind ein beruhmter Mann. Ach was. Vielleicht beliebt. Weißt du warum, Wanda? Ja? So hast du auch mal ausgesehen. Dass du dich noch daran erinnerst. Mein Lieber. Wanda ist für Wichter. Ja, für mich. Manche Gäste wissen nicht, dass sie bei uns arbeiten. Deswegen wäre es besser, sie bleiben am Abend in der Küche. So, noch 20 Papa, dann hast du es geschafft. Überlass mich nicht diesen Verrückten. Sie sind Familie. Das ist ein Beweis für Liebe. In Polen vielleicht. Es ist ein Wunder. Ich werde Vater. Wanda ist schwanger von Papa. Ich lass mich scheiden. Ich mich auch. Wanda, willst du meine Frau wählen? Es geht doch hier um unsere Familie, unser Ansehen. Du merkst schon selber gar nicht mehr, wann du lügst. Ich geh weg. Ich bin mein Vater. Ah! Ah! Ja!